Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist der 31.12., aber trotzdem ist bei mir ein Paket angekommen und zwar ist es die My Little Box und ich glaube, das ist schon die Januar-Ausgabe, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ja, die My Little Box erhalte ich in der Kooperation und darf deswegen auch in diesem Video eine an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Die kostet regulär so ungefähr 17,90 Euro im Monat und das ist eine Beauty Box, die aber ganz speziell ist. Die kommt aus Frankreich, beinhaltet auch Lifestyle-Produkte und Beauty-Produkte und Deko und wirklich schöne, sehr, sehr liebevolle Produkte. Und ich bin baff, muss ich wirklich sagen, dass heute schon diese Box ankommt, ne? Die haben tatsächlich, deswegen habe ich das auch noch im Karton gelassen, immer im Karton auch noch ein bisschen was drinstehen. Und hier steht aus der Vogelperspektive drauf. Die immer stärker werdende Brise der Veränderung wird dich in 2021 nach vorne bringen. Befülle deine Tasche mit den Samenkörnern neuer Projekte, die dich durchs Jahr schweben lassen. Das finde ich sehr interessant und ich bin auch gespannt, wie die das hier dann tatsächlich machen wollen. Also das fällt hier schon so ein bisschen auseinander, weil das halt immer ein sehr, ja, etwas anderer Karton ist. Also im Gefühl, also ja, ja, oh Gott, warte mal. Ich nehme erst mal die Sachen hier raus, sonst fällt mir das alles durcheinander. Denn das ist tatsächlich hier ein Beutel. Die My Little Box erscheint nämlich nicht immer im Karton, ja, in einem Karton, ne, in einer Box, sondern auch gerne mal in einem Beutel und dann hast du hier ganz viel drinstehen. Ach so, das ist eine Kooperation mit Season Paper. Wenn eine Tasche dein Outfit beflügelt. Diesen Monat haben wir uns mit dem französischen Designer-Duo von Season Paper zusammengetan, okay, das uns mit poetischen Motiven beflügelt. Die beiden Kreatries haben auch das Muster auf deiner Toatbag entworfen, die übrigens aus recycelter Baumwolle ist. Pst, Putsch, Schal und Umverpackung der Januarbox sind ebenfalls aus recyceltem Material. Da bin ich gleich echt gespannt, was das dann so ist, ne? Dann haben wir hier auch verschiedene Ideen von den Designern, also von den Looks. Welcher seltene Vogel bist du? Das ist total aufregend. Die haben ja den ganzen Karton bedruckt, Leute. Das ist nicht so ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist, sondern es ist ein Karton, wo drin steht, was drin ist. Ähm, um uns im Jahr 2021 in luftige Höhen empor zu schwingen, haben wir uns Looks vorgestellt, die von unseren vier Lieblingsvögeln inspiriert sind, welchen du wohl für deine neue Tragetasche picken wirst. Okay, das sind drei, vier Ladies, die halt da entsprechend posen. Hm, welche wäre denn so eher meine? Das weiß ich gar nicht. Welcher Look von den vier wärt ihr so? Mal gucken. Flaschengrün wie die Stockente, elegant wie die Elster, farbenfroh wie der Fasan und Kornblumenblau wie die Meise. Okay, interessant. Also da kann man sich halt auch so ein bisschen durchlesen. Das finde ich schon wieder fancy, ne? Einfach mal sowas als Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Okay, wir haben die Fly High Edition. An Höhe gewinnen, den Rückenwind mitnehmen und fröhliche Loopings drehen. Folge deinen geflügelten Freunden und heb mit uns ab. Das finde ich persönlich total super, denn ich bin ja Zwilling vom Sternzeichen und wir haben ja jetzt spätestens durch die Essence LE, die jetzt gerade aktuell ist, herausgefunden, welches Luft, ach Quatsch, welches Element wir sind und ich bin Luft. Und deswegen ist diese Box wahrscheinlich auch sehr passend für mich. Ich bin mal gespannt. Ich finde es auf jeden Fall hübsch. Und dieses Heftchen, warte mal, ich habe hier doch Platz. Schaffe hier doch umgestellt, dann kann ich doch mal so machen. Okay, womit starten wir? Wir starten mit einem Produkt, was dazwischen liegt und zwar haben wir hier von Goul Nature Repair ein Shampoo drin mit Bio-Borage-Öl für beanspruchtes und strapaziertes Haar. Das habe ich definitiv. Und allein dadurch, dass Winter ist und man halt diese Wollpullis und sowas anhat, wo die Haare halt immer drauf liegen und die so elektrisiert sind, kann ich das wirklich gut gebrauchen, jetzt auch so ein pflegendes Shampoo zu verwenden. und das regeneriert und stärkt anhaltend, nährt effektiv und verleiht gesunden Glanz. Sieht auf jeden Fall schon mal ansprechend aus. Und das ist das erste Beauty-Produkt, was hier drin ist. Riecht sehr frisch, um ehrlich zu sein. Genau. Ich bin ja eher der blumige Typ, aber das ist sehr frisch. Muss ich mal ausprobieren. Vitamin E plus Pro-Komplex. Keine Ahnung. Hört sich auf jeden Fall gut an. Dann haben wir hier Dinge, die zusammen gewuselt sind. Okay. Das hier dürfte genau diese große Tasche sein. Die tote Bag, von denen die gesprochen haben, ist schon hübsch vom Design her. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Ist halt so eine ganz normale Einkaufstasche, würde ich. Dafür würde ich die auf jeden Fall verwenden. Hier dran hängt auch noch eine kleine Tasche. Das finde ich praktisch, aber du kannst sie auch abmachen. Finde ich gut. Sonst hätte mich das wahrscheinlich gestört. Und das hier ist die kleine Tasche. Hierzu Preise rauszusuchen, wird schwierig. Ich schaue mal auf der Homepage von einem Kooperationspartner, ob da irgendwas drauf abgebildet ist. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Cool finde ich übrigens bei dieser Tasche auch, dass die kleine Henkel und große Henkel hat. Da kann man dann variieren. Dann hat die hier auch noch einen Druckknopf. Und ansonsten ist die einfach ganz normal von innen. Aber ein schönes Design. Also die kann ich mir zum Shoppen sehr gut vorstellen. Wenn ich dann das nächste Mal bei DM und Co. bin, nehme ich die auf jeden Fall mit und kann da shoppen. Sofern irgendwann mal wieder Geschäfte aufhaben und ich mich überhaupt wieder raustraue. Cool finde ich auch, dass hier dann auch drauf steht, dass es quasi die Kooperation mit My Little Box und Season Paper ist. Das ist da auch nochmal drauf vermerkt. Das ist schön. Und jetzt gucken wir mal in diese kleine Tasche rein. Da befindet sich etwas drin. Ja, ich weiß gar nicht, was hatten die dazu gesagt, was das für eine Tasche sein soll. Ist für mich so eine kleine Kosmetiktasche, wo man so ein bisschen was dran aufbewahren kann, was sonst in der Tasche rumfliegen würde. So, als erstes nehme ich etwas raus. 7 Wonders Amazonian Acai Revitalizing Mask. Eine klärende Maske. Und das ist von Lidas oder so. Ich weiß es nicht. Klärende und ausgleichende Pflege. Das ist eine Kokosnuss-Biozellulose-Maske. Ich mag ja nicht so gerne Kokosnuss vom Duft her. Aber als Maske, komm, das sollte wohl funktionieren. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Klärend und ausgleichend kann ich sehr gut gebrauchen. Ich habe ein paar Unreinheiten und ausgleichen kann man mein Gesicht definitiv immer mal wieder sehr gut. Deswegen, ähm, ja. Passt das für mich. Die Amazonian Acai Revitalizing Mask ist angereichert mit Acai Ölextrakt. Diese Maske schützt die Haut vor Stress, indem es hilft, die Feuchtigkeit der Haut zu bewahren, die Hautelastizität unterstützt und hilft, einen matten Turn zu erfrischen. Joa, 20 bis 25 Minuten lässt du die sogar drauf. Das ist ganz schön lang. Aber da ich jetzt gerade so um Silvester herum durch die Feiertage und durchs Wochenende einfach frei habe, werde ich mir die auf jeden Fall mal gönnen und mal gucken, ob die mich beflügeln wird, ob die meine Haut, die Schwerkraft meiner Haut wieder aufheben und nach oben führen wird. Ich weiß es nicht. Dann habe ich noch ein Produkt von der My Little Box Eigenmarke, My Little Beauty drin. Und zwar ist das Coffee Date Exfoliant Visage Eau Café. Das dürfte ein Gesichtspeeling sein. Mit Kaffee. Das hört sich gut an. Ich habe letztens erst von Upcycle eins leer gemacht. Ein Kaffeepeeling fürs Gesicht, was mir gut gefallen hat. Ja, das Gesichtspeeling mit grünem, grünem Kaffee. Wenn das Leben eine Mühle ist, Kochkaffee. Hä? Okay. Und einen Kaffeesatz Scrub für glatte Haut. Schön. Kaffeebohnen und Rezinus, auch dein Teint braucht hin und wieder Kaffee, um sein Bestes zu geben. Ja. Ein Tupfer Peeling auf den Finger und massiere dein feuchtes Gesicht mit sanft kreisenden Bewegungen, bevor du es mit klarem Wasser wieder abspülst. Deine Hauttextur wird verfeinert, während die leckeren Rostaromen deine Nase verfüllen. Mag ich gerne. Finde ich klasse. Schön, dass es drin ist. Genau. Diese Produkte von My Little Beauty kann man übrigens auf der französischen My Little Box Homepage sich anschauen und teilweise auch bestellen. So, dann habe ich hier das letzte drin. Das ist dieses hier. Da müssen wir mal gucken, was das ist. Das ist so eingepackt. Hier sind Karten drin. Ach so, das soll so ein Tuch sein. Ja, okay. Da sind zweimal die Beschreibungen drin. Ans Handgelenk... Ne, Achtung, es ist sehr anhänglich. Ans Handgelenk gebunden, in den Haaren getragen oder einfach an der Tasche befestigt. Dieses Tuch ist wie eine kleine Klette oder soll man sich dagegen wehren? Sein verträumtes Aussehen und sein recyceltes Material hat schließlich alles, was wir brauchen, um es an uns binden zu wollen. Hä? Okay. Das ist einfach ein Tuch, ne? Was soll man da groß zu sagen? Kann man sich notfalls dann auch als... Also, wenn du es an die Tasche machst, könntest du es theoretisch dann umbinden als Notfall-Mundschutz oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach mal ein schönes Muster, denn wir haben oft solche Tücher halt mit drin, die ich echt nicht schön vom Muster her finde. Aber so ein Tuch, das ist nie weg. Genau. Das kann man so halt als Haltstuch sich machen oder als Haartuch. Äh. Aber nicht so. Warte. Genau. Kann man sich dann irgendwie so binden. So Witwe-Bolte-mäßig. Ist ganz süß, ne? Also, ich persönlich bin jetzt nicht so der größte Fan von solchen Tüchern, muss ich gestehen. Aber es ist halt mit dabei. Also, wir haben jetzt in der Januar-Box tatsächlich leider keine dekorative Kosmetik mit drin. Denn eigentlich war mein Plan, dass ich jetzt in 2021 immer alle dekorativen Kosmetikprodukte aus den Boxen sammle und dann am Ende des Monats mir mal ein Fullface davon schminke, von dem, was ich halt da habe. Äh. Äh, ja. Da kann ich jetzt aus der My Little Box leider nichts dazu steuern. Ich finde aber, dass diese Box ganz gut ist, eigentlich um in das Jahr hinein zu starten, ne? Die waren jetzt natürlich letzten Monat mit der MAC Edition extrem unterwegs. Da waren Knallerprodukte drin. Wir haben da sehr hochwertige, hochpreisige Sachen drin gehabt. Ähm. Dafür haben wir hier jetzt wirklich sehr viele Lifestyle-Artikel. Die Box startet sehr, sehr liebevoll, finde ich. Und das finde ich ganz gut. Ähm. Ein bisschen Pflege mit dabei und dieses Ganze, diesen Karton bedruckt und äh, Lifestyle-Artikel. Diese Tasche mit dabei. Das finde ich eigentlich ganz nett. Also meiner Meinung nach ist die My Little Box jetzt ganz gut gestartet. Schreibt mir gerne eure Kommentare, eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Ähm. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.